Lass die Revolution beginnen. Für die Zukunft, für die Menschen und für den Planeten. Das bringt die Leute hoffentlich zum Nachdenken. Ob sie wollen oder nicht. Um wie viel Uhr sind wir mit dem Mann verabredet? Wir hatten gesagt um elf. Um elf? Alles wird gut. Schön dich zu sehen, Kumpel. Ja, dich auch, Harmon. Meinst du, sie kriegt das hin? Ja, sie hat schon manches Ding gedreht. Sie ist gut. Sie war das in Eugene, die Sache mit den Mobilfunkmasten. Ja. Carrie Taylor. Joseph Marker. Ab morgen sind wir die hier. Ohne Ausnahme klar. Das hier ist ein ganz anderes Level, ein viel höheres. Wirst du darüber hinwegkommen? Befürchtest du etwa, ich könnte die Cops anrufen? Was hast du denn gedacht, was passieren wird? Nachdem alles vorbei ist, rufen wir uns nicht mehr an. Ja, auf keinen Fall. Kein Kontakt. Kein Kontakt. Kein Kontakt. Es gab da so einen, einen Unfall. Das bringt die Leute hoffentlich zum Nachdenken.